ja so ja achte, ein Mais an der Maschine ist das dann betanken wir mal unsere Raub hier ist hier noch Wechselkult in dem Hänger drin oder was ist das? ok eben nicht da war ich nicht mit hier oben jetzt wirds gut drin welchem Hänger? hier oben steht der Hänger Rune oder Fortuna ich glaub da ist Häckselkult oder nicht ja eben gehört das nicht auf den Silageberg? ne das geht glaube ich nicht drauf geht nicht drauf Silage ist Gras drinnen ja und kann man da nicht beides drauf halten? ne kann ich das nicht ach ich verstehe die Welt nicht mehr also im wahren Leben funktioniert das ja aber hier nicht ich dachte das ich dachte das und dann hab ich das letzte Mal Silage gemacht, das war beim 13er ah ok so hier nochmal Düngerstreuer Düngerstreuer wieder von wo ist der ja nicht schon wieder abgegeben äh direkt vom Düngerlager ah ok der Kater war's der Kater war's der Kater war's der Kater war's im zweiten Fall war's immer Kater oder wir dürfen auf den Silageberg also klar ja die äh ja Silage ganz im Ernst ganz im Ernst ganz im Ernst ganz im Ernst du Horst ja was macht schwule Adler ja fliegt zu seinem Horst du Lerde äh 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 so äh ja war vom Text klinggeblieben? weiß ich nicht ja dann Düngerlager hat die äh Sämaschine einfach aufgehört zu säen oder? echt? warum macht die sowas? mach ich nicht Hattest du den hier angeschaltet hier? achso ja den Helfer ich weiß warum der steht denn ja weil der Hapa am Weg steht ja okay so geht's weiter so wie es sein soll so oha der trägt in der Erde war ganz schön zu kämpfen hier mit der Sämaschine das macht dich ja der rutscht schon ein bisschen auf der Vorderachse kannst leider anscheinend ich dachte das Gewicht könnte man vielleicht das Sensor anpassen können dass man ein bisschen mehr vorne drauf klatschen könnte aber geht nicht wie ist denn da jetzt eigentlich da da im Traktor sitzt ein Helfer jo da muss noch ein Name das ist Joe hallo Horst das ist Joe du wolltest gerade sagen das ist der Schoeschi die Schoeschi oder Sammy da läuft um hell meinste Laserschö ach hier gibt's Wolle ja kannst du abholen die Wolle ja ok die Schoeschi kümmert sich ja nicht mehr drum wir haben jetzt zwei Finger dort ja achso äh kommt da auch mehr ich meine wenn der Platz besetzt ist wenn die Schaftproduktivität ist ja ja wenn die Pols haben muss das weg machen die Palette und dann kommen wir wieder neue naja da steht ja eine Palette nur auf dem Platz ja und da sind zwei Ballen drauf oder ja 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 und dann maximal als Sechser als Sechser ja die wächst noch sozusagen ja lassen wir es wachsen Hunger haben die hm die Schafe haben Hunger? ja die schnaubsen ganz schön was weg hm ne ist noch was drin mein Bus ja gut ja schon mit diesen alten Traktoren ha ha He 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 Maiky würd wahrscheinlich auch gerne wenns mal funktionieren würde so keine Ahnung Mh Eine einzige Mod fehlt mir, nur eine einzige steht da. Ja, du musst doch runterladen. Ja, das ist da der Schlüter, glaube ich, irgendwie sowieso, keine Ahnung. Ja, der ist eine Quasel-Ecke. Geh mal, Quasel-Ecke, Dateiposer. Glüter-Suppe, 1500 Euro. Hör mir zu, Quasel-Ecke, in unserem Teamspeak. Quasel-Ecke, Rechtsklick, Dateiposer, da ist er drin. Den Hammer nehme ich neu. Ganz neu, mit der Wolke waschen. Nicht mit Brasil. Ach so. Danke gerade. Und du kannst ihn jetzt auch beim Server-Total suchen, da ist ja auch die ganze Liste, aber das startet so. Oh. Ist irgendein Grupper auf Feld 5 noch nicht fertig. Oh, der Helfer macht schon wieder nicht weiter. Sag mal ey, was ist denn mit dem Helfer los? Schnell muss ich einmal abfahren. Das ist ein Horst, ich sag dir doch. Ja. Ja. Merkt er schon. Hast du den falschen Namen gegeben? Das ist das Problem. Was? Ich habe ihm keinen Namen gegeben? Hast du den falschen Namen gegeben? Joe, habe ich ihn genannt. Ja, vielleicht wollte er den Namen nicht. Dann hat er Pech gehabt, wenn er den Namen nicht wollte. Der soll seine Arbeit machen, Namen sind Schall und Rauch. Jeder ist ersetzbar auf Joe. Hast du gehört, Joe? Du bist ersetzbar. Ja. Von Mikey extra in der Kossel-Ecke. Ich muss gejoint. Ja. Ja. Ja, vielleicht sucht er mir ziemlich gut. Sag mal, ihr habt hier angefangen zu körpern und öfft gehört, oder wie? Ach, da kommt er doch schön. Bin doch schon da. Ja, der ist wundervoll. Hallo, Horst. Der hat schon die Hälfte vergessen hier, ne? Ja. Böser Horst. Äh, Joe. Nee, Horst. Ja, ja. Das ist ein Horst, aber absolut. Ich mach doch voll Horst. Aua. Ich hab immer noch Hunger, ey. Ich muss noch mehr essen. Dann kaut er mal ein bisschen in die Fingernägel. Was? Ich muss echt zu meinem Kassel-Ecke kaut. Du kannst die Fingernägel kaut. Ja, ja. Da muss mal einer den Mikey wieder reinziehen hier, bitte, ne? Aieieieieiei. Ich glaub, sonst kommt er nicht rein, oder? Oder? Ah. Weiß ich nicht. Oder Passwort? Weil, ich zahre einfach runter. Nein. Für den Channel, meine ich. Mikey, was machst du da oben? Ja. So. Ist das der Super-1500-V-Achtzylinder, oder? V2-Post. 1500-Dingsda-Beta. Genau den. Aber du musst doch nicht in den Channel wechseln, bloß um das rauszuleiten dort. Ja, ich hab das gar nicht gesehen, wo das überhaupt drin ist. Hahaha. Ja, kriegst du schon hin jetzt. Ah, ja. Mikey macht das schon. Wo hast du denn reingeladen? Da in die Kassel-Ecke, oder was? Ja. Weil das vor uns schnell gehen musste, da hab ich ihn da hoch geschmissen. Ah, da. Super Schlüter, ist das der. Weil der Ton für mich auf den Server geschoben hat. Das hat bei mir immer ewig, weißt du. Ja, das ist der Richtige, Mikey. Ach, ist das halt strengt. Ja. Bin schon am schwitzen, ne. Ja, du lachst jetzt. Ich lach immer. Ja, ich hab einen schlechten Charakter. Ist normal. Du, ich bin ja sonst in computertechnischen Sachen bin ich nicht schlecht, aber da hab ich jetzt jetzt irgendwie einen Typ drin gehabt. Ja, ich hab einen schlechten Charakter. Macht ja nix. Ist ja nicht wild. Wir lern ja alle noch dazu. Jetzt kann ich das da vom Fenster noch rüberziehen, oder wo? Ja, jetzt muss ich mal schauen, in welchem Ding es ist. Äh. Kann es da rüberziehen? Nee. Du weißt nicht. Ah, das klingt so allgemein. Ich weiss nicht, wo's du vorhast. Ist auch gut. Ja, ich muss doch den Scheiss-Ordner jetzt haben, da irgendwo. Ich muss jetzt wissen, wo der ist. Ich weiss, das liegt doch einfach in dein Mods-Ordner, so wie er ist. Fertig, Ausschluss. Einfach, Dokumente, MyGames, Farming Simulator, Mods. Hallo Florian. Na? Was willst du mit dem? Verdichten. Ist der Einer nicht ganz dicht? Nee. Ja, Flo. Ja. Ich persönlich, ja. Wird er noch immer. Ja. Ja, wir schlagen uns aber sonst nur außerhalb der Aufnahme. Ja. Persönlich will's nur, wenn man Otto sagt. Ja. Ja. Dabei kennst du Otto gar nicht. Ja. Ja, Otto. Ja. Otto. Wo ich gemerkt, Otto ist. Ja. Der Otto. Der mal mitgespielt hat. Äh. Da könnte man persönlich werden. Ja. Da wie bei. Diese Flachzange. Wenn er's hört. Aufschneider. Ja. Schlimm, diese Menschen. Warum lügen Menschen, ha? Ich versteh's nicht. Weiß auch nicht. Äh. ADS. Ja. Die wollen halt was darstellen, was sie ja nicht sehen im Endeffekt. Ja. Oder es nicht besser wissen. Die, die, die Ehen tun dann suggerieren, dass sie beim FBI arbeiten oder sonst was für Scheiss. Ja, der Arthur. Oh. Ich hab nen Namen genannt. Ups. Entschuldigung. Ja, er hat's nie behauptet. Aber er hat uns so, äh, Gefühle gegeben. Er hat gesagt, Abel für den Geheimdienst. Ja, er hat gesagt, Abel für den Geheimdienst. Ja, ich arbeite auch für den Schweizer Geheimdienst. Das meinst du denn? Ja. Ja, deine Steuern gehen da hin, ja. Ja, genau. Ah. Na ja. Ah. Kein Kotzen. Ja. Wieso? Vollst du dich aus? Red mit uns. Wir sind's gewohnt. Nee, da geht nix zu der Scheisse. Ich kann nicht mal mehr auf Details klicken, Mann. Was? Da geht nix drauf. Du musst das Spiel auch neu starten, wenn du den Mod reingepackt hast. Ja, das hab ich ja gemacht. Hm. Boah, ist das ein Streis. Was? Was geht denn nicht? Was passiert denn? Was sagt er denn? Was macht er denn nicht? Ja, solange wir daran arbeiten, liebe Zuschauer, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ja alles erntereif ist. Und darauf warten wir, dass alles erntereif ist. Und wir magischerweise weiter das Feld bestehen können. Nur wenn's bei Mikey wieder geht. Und wenn's bei Mikey wieder geht dann. Darauf arbeiten wir dann auch. So. Bis zum nächsten Mal. Was machtạtkommen? Was mache mich doch am scor? Und bis zum nächsten Mal, microbiote. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eins幾표. Alles Liebe. Tschüss. All respiratory. Ich liebe dich. Nummer vier. Enhan reinstall... $0. U2. Die Welt ist einraj婆-damm Тамым. Und wie Gasher und dieudaien. Bis zum nächsten Mal.